Hallo und herzlich willkommen zurück in der Tafelrundenfeste von Elden Wynne. Lassen Sie mir ein Wort von Geheimnis, als Ihr Senior. Du bist nur ein Besitzer zur Rundtapel. Nichts mehr. Ein Hausgeist. Noch um ihre Stimme zu verdienen. Erinnere dich. Erinnere dich, Neukomer. Es gibt nichts mehr zu sagen. Dann werden wir eine neue. Wenn nicht immer der körperliche Schaden sinken wird. Wenn ich das noch viel cooler und attraktiver... Oh, wer steht hier noch? Ich sehe, Sie sind gerade gekommen. Willkommen zu der Rundtapel Holden. Ich bin Korin, ein Mann von der Kluft. Ich zeige Inkantationen. Die Kraft haben uns mit den zwei Fingern gewonnen. Und erfüllen die Geheimnisse der Golden Order. So, dass ein Tag, wenn ein Tarnished von der Rundtapel Holden werden soll, Elden Lorde werden. Ich kann sie unterhalten. Die Ordnung regieren ihre Formen properer. Die Regierungen über die Menschen. By the way, Sie sehen es noch immer? Die Geheimnisse der Grace. Sie sehen es. Wundervolle Nachrichten. Die meisten Tarnisheden sind in diesen Tagen blind. Sie sind etwas von einer rareren Formen. Na, was sagst du? Willst du eine Inkantation von den zwei Fingern lernen? Anrufungen studieren. Ah, das sind quasi Wunder. Eilen. Und hier kommt Pyromantie. Gar kein Geld. Und wir könnten eine kleine Flamme mal erlernen. Bei Gelegenheit. Das hier ist quasi der Feuerbandschrein. In diesem Sinne. Rand her. Reiset, alter Mann. Na, alter Mann. Was braucht ihr? Ich habe wenig Zeit, um zu sparen. Was meint ihr, einen Hausgast? Was? Na, wie du gehst, von der Notion, dass du hier eine Visitante bist, dann würde du gut nachzudenken. Die ersten Worte der Grace gegebenen dir. Stand vor der Elden Ring. Und wir werden der Elden Lord. Wenn diese Worte eine wesentliche Rolle gehalten, folgen die Geheimnisse der Grace. Lass uns die Schadbehrer, und sich für dich selbst ein großartiges Rune zu tun. Mach das, und die Tür zu den Rundtabeln in der Chambre werden öffnen, und du bekommst die Wisdom der Zwei Fingern. Als die Wisdom der Zwei Fingern wird dein eigenes, ich gebe dir ein proper Willkommen. Als wahrer Mitglied der Rundtabeln, ich habe hohe Hoffnungen für dich. Ich bin krank und leid von ihnen. Diese nubi-pambi-tasche denken uns nicht mehr als ein Geheimnis aus der Reine. Wir haben lange genug gesprochen. Diese Nachrichten Verrückt So wird es weiterhin nicht mit mir reden. Wollen versuchen. Erstens, sie dürfen nicht, kurz gesagt, warum immer Zerstörung. Leiter können wir nicht benutzen. Zwillingsjungferhüllen Oder könnten wir Waffen kaufen. Hier so Ein Degen Rapier Für Geschicklichkeit Ich glaube, ein besserer Schild Eine Ritterrüstung Erhöht die Anzahl magischer Speicherplätze Ey, wir haben auch keine Klangperlen für die Tür Eine Tür, die wir nicht benutzen können Davon gibt es hier gerade genug Da steht noch jemand Schaut aus wie der einsame Krieger Die sind sie Die sind dieben Tags, das kommt Geile Rüstung Und sie hat wenig In diesen Landen In diesen Landen By the way Have you met A young woman named Lanyet On your travels She is my servant But fickle As the wind Take your eyes off her For but a moment And she's good as gone If you find her Please be sure to tell me Weiß nicht Haben wir sie gefunden She's a servant She's been my companion I've lost count The number of times I've had to find her like this Honestly She's such a little tomboy Ne Be sure to tell me She's a servant She's been my companion Since child Endlich regen sich die Leute Nicht mehr auf Wenn ich einfach weggehe Ach der alte Mann Ist von hier jetzt weg Genau Der war jetzt vorne am Tisch Springen versuchen Ne Oh Da ist ein Schmied Engel Geh erstmal hier rein Spiegelständer benutzen Charakter Ach man kann seinen Charakter anpassen So cool Genau Keine Erinnerung mehr von ihm Das ist cool Dass man das nochmal darf Das gab es auch noch nicht Liebe anbieten Träne versuchen Aber Loch Ei Geh mal Amen Desktop πως Am Und So their Me S ball The Sex Charakter Hard You I am Sure Will 치가 Ble So eine Dame sagt man nicht nein, erst recht nicht, wenn sie sowas fordert. Lassen wir uns doch noch knuffeln, Segen des Firmaments. Du bist ein neues Gesicht, es ist alles gleich. Lass deine Arme aus, lass uns smithen. Ah, das klingt ein bisschen ice-creamig diesmal. Ey, man kann nichts auch duplizieren über die Ketten an euren Beinen. Ich bin die schmutzige Schmutz für dich, dumme Schmerzen. Das ist alles, was zu tun ist. Das hat schon alles, was es ist. Wollen wir das nochmal upgraden? Körperlich 58. Ja, das will ich ja eh nicht upgraden eigentlich. Ziemlich shitty. Das chillt. Sie dürfen nicht. Oh, sie dürfen nicht. Tür. Wir dürfen nicht. Ihr habt es gehört. Was gibt es hier unten noch? Eine Nebelwand. Wie kommt man dahinter? Crazy. Hä? Da läuft ja auch einer. Sie dürfen nicht. Mhm. Irgendwie muss ich da doch hinkommen. Wahrscheinlich, sozusagen. Sie dürfen nicht. Oh, sie dürfen nicht. Okay, hier dürfen wir überall noch nicht rein. Dann... Wichtig aus, wenn ich sie sehe. Springen suchen. Es werde gute Person. Baum. Da ist doch ein Boss. So viele wie hier gestorben sind. So viele wie hier gestorben sind. Oh. Okay. Jetzt kann ich den Stegang. Dann müssen wir noch mit den Stegang. Oh! Ich bin nicht der Stegang. Und ich bin nicht der Stegang. Das ist eine Stegang. 's. Ich bin nicht der Stegang. Aber ich habe mich auf den Stegang. Und du denkst, dass ich ein Stegang. Das ist eine Stegang. Aber ich bin nicht der Stegang. Das ist nicht der Stegang. Eso ist zu vermeiden. Fast 3, 10. alles klar hui 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 Versuch dem mal zu entkommen. Kann ich hier wieder weg? Ich muss hier irgendwie wieder wegkommen. Verschlüsselter Pata. Ei. Ach, der ist ja viel zu schwer. Und das ist für eine krasse Fertigkeit, die der da hat. Und was ich noch nicht verstehe, was sind meine Status und zeige da oben links. Verstehe ich auch noch nicht. Jetzt mit dem roten X erzieht man es natürlich nicht. Erzieht man es wirklich nicht mehr. Alles klar. Okay, wir können, ah, wir können immer unten links einfach wieder dahin. Wir... Ich wollte hier eigentlich mal den Boss machen. Gucken, ob wir den nicht schaffen. Okay, Tafelrunde übrigens irgendwie finde ich cool. Ich bin allgemein so ein bisschen... Finde es ganz cool mit dem... Atos und so weiter. Dementsprechend... Soll ich nicht. Soll ich... Oh! Oh! Oh, das ist ein krasser Angriff, den weiß ich noch nicht so recht, wie ich ausweichen soll. Oh! 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 Oh, der Pferd kam für so. so seltsam das ist mir alles zu ich weiß auch nicht ich kann dem nicht richtig ausweichen und irgendwie gar nichts dem pferd ist so ich finde einfach komisch muss ich mal was neues zu sagen so so to the Round Table Hold. My sincerest congratulations. But how did you find the Round Table? Oh, you don't have to say it. Before, the Round Table was chock full of venerated warriors. But now, it's home to puff chests and has-beams. I fear you've been terribly disappointed. I don't blame you. But still, the Round Table has its perks. Why not earn a seat? Fly straight and true, so to speak. Ah, then you're interested. A wise choice indeed. To enjoy the Round Table proper, you must acquire a great room and request audience with the two fingers. in the inner chamber. They are the purported masters of the grace that guides your kind, the tarnished. Hmm. Yes. Pay them a visit, so that you may see for yourself. Okay. Also, zu dem wollen wir nicht nochmal. Dann. Wo wollen wir uns ein bisschen umschauen? Das hier haben wir schon. Hier hinten gab es ja irgendwie sonst nichts. Hier ist so ein Fass. Hier ist so ein Fass. Da zu sein. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wollte ich so eine Markierung setzen. X Markierung. Was weiß ich. Wollen wir zu vor dem Tor reisen. Und dann mal hinreiten. Mal gucken. Der kommt jedes Mal wieder. Warum habe ich den dann umgebracht? Wollte ich. Up. So, dann wollen wir mal gucken. Ist das eh direkt hier? Hier rechts ist nur so ein umgestütztes Ding. Das ist wie so ein Stein an der Wurm. Ich will mich hier eigentlich über ein bisschen umschauen. Hallo, spiele. Oh ja, da war mein Bluttonk. Oh. Oh. So, den hätten wir erledigt. Kampf zu Pferde versuchen? Ja. Das hat mir sonst nichts gebracht. Hey. Habe ich mir jetzt irgendwie auch mehr erhofft? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber okay. So richtig rund läuft das Spiel ja nicht. Hey. Oh. Haha So da hätten wir den ersten Näh Süße Rosine Wollen wir mal schauen was hier rumliegt Sehe ich jetzt eigentlich meine Markierung irgendwo? Näh Mein Gott Hallo Spiel Guten Morgen Passt alles bei dir Dann wollen wir mal da drüben nachgucken Krieg da noch Nur ein Schädel Ohne Inhalt aber diesmal Ja also Nimm's doch Oh Oh Dann Geh halt kurz weg Pferd Wenn du nicht funktionieren willst Ähm Ähm Ich darfst gar nicht glauben dass du mich angreifen darfst Hier unten muss so ein See sein Oh 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 Ich geh mal lieber aus Pferd Äh Oh 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 wohl viel du hast am anfang ja viel schlimmer gewirkt Eierstock des Landoktopus noch mal ja bei den Wölfen waren wir schon hier aber noch nicht was ist jetzt spinnt mein Ton wieder immer nach einer halben Stunde aber der Part ist eh vorbei bevor wir die Riesen im nächsten Part da hinten angehen wollen also vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut bis dahin Tschüssi